Willst du Kinder? Okay, ja. So, ich mach mal hier an. Okay. Und wie geht's dir? Ach, nervös. Und du? Nein, wir sind... Du musst, glaub ich, da hin. Okay. Deine Augen sehen so schön aus, also braun. Deine Augen. Welche Instrumente spielst du? Ich spiele Klavier. Klavier? Oh, schönes Instrument. Hörst du gerne Klaviermusik? Ähm... Trinkst du gerne Wein? Ich trink, ja, ganz gerne. Ich bin ein bisschen aufgeregt, falls ich Grammatikalische... Alles super, ich finde das sehr schmerzweig. Also, was machst du für Beruf? Ich studiere noch. Ich studiere Archäologie. Trinkst du Alkohol? Ja. Trinkst du Alkohol? Nein. Hallo, soll ich anfangen, mir zu fragen? Also, ich bin noch Fachabiturientin. Und ich möchte danach studieren gehen. Also Sexualwissenschaften und Sexualpädagogik sogar. Ah, okay. Ja, also jetzt ganz ehrlich, meine Interesse hast du hier weg. Bitte, bitte erzähl einfach mal. Ja, das ist halt, ich bin ein relativ offener Mensch. Also, ich kann gut blasen. Ja? Ja, ich war, ich war, also, ich mach mal Cowboy. Und willst du reihe dazu? Ja, auf jeden Fall. Ja? Und wann? Wann? Wird ich dich gut mit meiner Mutter verstehen? Ja, da freue ich mich auf deine Mama schon mal, gell? Kannst du gut kochen? Ja, ist schon ganz gut. Kann man essen, ne? Ist noch keiner dran gestorben. Ja. Also so Steak, also ich mag so Fleisch. Was ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe, ist, warum sitzt du mit Kaffee hier? Achso, warum? Ja. Also du kannst es auch einfach mal so machen, ne? Beim Küssen nenne ich sie einfach mal. Und... Okay. Sie gehört einfach zu mir. Ja. Ja, ansonsten, was hast du für Hobbys neben dem Studium? Ich liebe Skifahren. So ist es halt. Ja. Ja, cool. Okay. Schon vorbei? Ja. So schnell können 3 Minuten sein, ne? Ja. Wir haben 3 Minuten geredet. Ey, das kam mir vor wie 30 Sekunden, ne? Ja. Allerdings. Ich bin zufrieden, und du? Läuft. Hast du deine eine kennengelernt? Nee. Nee, noch nicht. Also läuft es bei dir doch gar nicht. Und du? Ja. Auch. Ja. 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 Es wurde ganz schön auf die Folter gespannt. Ja. Haha.